Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich habe heute meine größten Enttäuschungen und die schlechtesten Bücher 2021 für euch. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. Es ist an der Zeit. Nachdem ihr im letzten Video meinen allgemeinen Überblick über mein Lesejahr 2021 mit Lesestatistiken und allen gelesenen Büchern bekommen habt, geht es heute los mit dem tiefergehenden Einblick. Und wir fangen direkt mal mit dem juicigsten, teilweise auch beliebtesten oder unbeliebtesten Thema in dem Sinne an. Und zwar meine schlechtesten gelesenen Bücher und auch meine größten Enttäuschungen. Die letzten Jahre hatte ich eigentlich immer nur Enttäuschungen dabei. Dieses Jahr habe ich aber auch mindestens ein Buch, das einfach objektiv schlecht ist. Also meiner Meinung nach zumindest. Das hat mich so aufgeregt und ich wünschte mir fast, ich hätte es abgebrochen. Habe es aber nicht. Dadurch auch der Hinweis, es gibt auch noch ein extra Video zu meinen abgebrochenen Büchern. Also alle Bücher, die ich abgebrochen habe aus diversen Gründen, die werdet ihr dann im Sonntagsvideo gesammelt bekommen. Und lasst euch verraten sein, das waren einige. Auf jeden Fall wesentlich mehr, als in dieser Liste ist und auf jeden Fall auch um einiges mehr als im letzten Jahr. Was ich gar nicht gedacht hätte. Aber heute geht es um die Bücher, die mich einfach enttäuscht haben, bei denen ich reingegangen bin und was anderes erwartet habe, potenziell mehr erwartet habe. Bücher, teilweise auch von Lieblingsautorinnen, generell sehr beliebte Bücher, gehypte Bücher auf Booktube. Das heißt, hier sind auch durchaus vielleicht ein paar kontroversere Meinungen vertreten. Aber so ist das nun mal mit Enttäuschungen und eben auch schlechten Büchern. Bücher lesen ist super subjektiv. Also auch hier wieder der dezente Hinweis. Wenn ihr andere Meinungen habt, dann freut es mich für euch bis auf das letzte Buch. Da denke ich mir dann so, das sollte vielleicht nicht unbedingt sein. Aber dazu kommen wir gleich. Und ich habe heute zehn Bücher für euch mitgebracht, die tatsächlich auch so einigermaßen gerankt sind von der leichten Enttäuschung, leichte Enttäuschung, bis hin zum wirklich objektiv schlechtesten Buch. Und damit ich gar nicht so lange drum rum rede, fangen wir direkt mal an, springen in die zehn Bücher rein, die mich 2021 enttäuscht haben. Und verratet mir gerne in den Kommentaren, welche Bücher es bei euch dann waren. Gab es Bücher, die euch enttäuscht haben, wo ihr einfach mit anderen zu hohen Erwartungen rangegangen seid oder auch wirklich objektiv schlechte Bücher, von denen ihr euch am Ende gewünscht hättet, ihr hättet sie nicht gelesen, bei denen ihr euch so richtig schön aufregen konntet. Schreibt mir die auch gerne in die Kommentare. Dann können wir uns zusammen darüber austauschen, darüber aufregen und das ganze Negative einfach hier rauslassen, um dann voll positive Energien ins neue Jahr zu starten. Oder so ähnlich. Den Anfang auf meiner Liste macht History of Us vom ersten Moment an von Jen DeLuca, der erste Band der Willow Creek Reihe, die ja jetzt nach und nach im KISS Verlag erscheint. Und dieses Buch ist jetzt nicht objektiv schlecht. Bei dem Buch ist es ja so eine Sache mit meiner Erwartungen versus was das Buch wirklich geliefert hat. Denn dieses Buch ist einmal ziemlich gehypt und ziemlich gehypt gewesen, bevor es rauskam. Allein schon im englischen Fachraum, wo ich mich ja auch viel auf Booktube und Bookstagram rumtreibe und dann aber auch im Deutschen. Und ich kannte und kenne viele, die dieses Buch und diese Reihe eigentlich sehr lieben, die dieses Feeling und die Handlung und die Charaktere wirklich sehr, sehr mögen, teilweise sehr ins Herz geschlossen haben. Und dann klang der Klappentext eben auch so nach was Ängstigem, Dramatischem, nach einer tollen, spannenden Hate-to-Love-Geschichte mit einem Twist, auch mal mit einem etwas anderen Setting. Denn dieses Buch spielt in einer Kleinstadt. Der Hauptfokus liegt allerdings auf einem Renaissance-Festival, wo die Charaktere in andere Rollen schlüpfen und dann eben auch, ja, andere Rollen spielen. Und wir folgen Emily und Simon, die sich von Anfang an nicht unbedingt leiden können. Simon ist so ein ziemlicher Pedant und beharrt auf seinem Willen, ist Organisator dieses Renaissance-Festivals. Und Emily kommt neu in die Stadt, um ihre Schwester zu unterstützen und gerät irgendwie dieses Renaissance-Fest hinein. Und sie und Simon können sich von Anfang an nicht wirklich ab. Sie geraten von Anfang an sehr stark aneinander. Dann schlüpfen sie allerdings im Renaissance-Festival in ihre Rollen. Emily als Barmeid und Simon als verruchter Pirat. Und in diesen Rollen ist Simon plötzlich ganz, ganz anders zu Emily und flirtet mit ihr. Und da entwickelt sich mehr und Spannung und Emily ist dann total verwirrt, ob es jetzt wirklich Simon ist, der mit ihr flirtet und wo sie diese Spannung spürt oder nur dieser Pirat, in dessen Rolle er geschlüpft ist. Und das klang halt wirklich so nach, uh, hate to love und irgendwie sehr verwirrend. Und eigentlich mag er sie doch, wirkt doch, doch und versucht sie jetzt so für sich zu gewinnen. Und einerseits war das auch so, andererseits ist es doch eher vom Feeling auch eher so eine nette Kleinstadt-Romance, die ohne viel Drama auskommt oder ohne viel Angst, die Drama auskommt. Allerdings mit viel unnötigem Drama irgendwie hantiert, weil es viel auch darum geht, dass die Protagonisten sich eigentlich nur nicht leiden können, weil sie von Missverständnissen und falschen Annahmen von jeweils anderen ausgehen. Und da irgendwie, ja wie soll man das sagen, einfach mal hätten kommunizieren müssen miteinander, dann wäre das alles nicht nötig gewesen. Und auch dieses Renaissance-Festival, was ja sehr, sehr stark in den Fokus gerückt ist, kam mir persönlich ein bisschen zu kurz und spielte immer nur so am Rande eine Rolle. Zumindest wirkte es für mich so. Also das Festival ist für Simon schon irgendwo sehr, sehr wichtig, aber nur in dem Falle taucht es dann einigermaßen auf, weil wir ja auch das Buch nicht aus Simons Perspektive lesen, sondern nur aus Emilys. Also das ist Simons Perspektive dem definitiv noch um einiges besser getan, was so das Drama angeht, was so die Hintergründe angeht, was auch so die Bedeutung des Renaissance-Festivals angeht. Und wie gesagt, es ist auch nicht so unbedingt meine liebste Geschichte von der Stimmung her. Ich bin halt eher so der Leser, der Fan von Angst, die dramatischen Geschichten, wo man mitfiebert, wo man dieses drückende Gefühl in der Brust hat oder ich zumindest... Und ich hätte mir denken können, dass dieses Buch, was im Kiss-Verlag erschienen ist, das einfach nicht liefern kann, weil Kiss-Bücher für mich inzwischen, wie ich nach einigen festgestellt habe, doch eher leichte Geschichten sind, die durchaus ernste Themen behandeln. Ernste Themen manchmal auch zu sehr in den Fokus stellen, aber das ist nicht das Thema. Und die dann dafür aber doch eher nicht dieses Ängst, die Gefühle auslösen. Kiss ist gut für nette Rom-Coms, aber eben nicht für mehr. Und deswegen sind das immer Geschichten, die okay sind, aber jetzt keine großartigen Highlights. Und deswegen war das auch der Fall bei History of Us. Ich hoffe, ich kann mich bei den nächsten Büchern ein bisschen kürzer fassen. Das war nämlich jetzt gerade irgendwie schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Aber manchmal ist es auch schwierig zu beschreiben, warum einem ein Buch nicht gefällt, weil es einfach viel mit dem Gefühl zu tun hat. Und das ist beim nächsten ähnlich. Auch das ist nicht objektiv ein schlechtes Buch. Tatsächlich ist es von vielen auch sehr geliebt. Für mich war es allerdings eine ziemliche Enttäuschung, weil ich den Rest der Reihe sehr geliebt habe und der geht eher in eine andere Richtung. Und zwar spreche ich von Moving Mountains von Tami Fischer. Tatsächlich ein Buch, was ich noch hier habe, weil es am Ende auch kein schlechtes Buch war. Ich mochte Savannah und Max als Paar sehr, sehr gerne und ich mochte ihre Beziehung, die ist sehr gesund und sehr offen, sehr kommunikativ. Allerdings war dieses Buch einfach langweilig. Einfach langweilig. Und es passiert einfach nicht so viel. Und es ist einfach nur so 400, 450 Seiten fast. Langeweile, eine langsame Beziehungsaufbau, nette, junge Liebe und Savannah, die so ein bisschen in ihre eigene Kraft reinwächst, was so noch was Interessantes an der ganzen Sache war. Aber sonst hätte ich von dieser Geschichte einfach auch hier so viel mehr erwartet, so viel mehr Angst, so viel mehr Drama, so viel mehr, was man da hätte rausholen können. Denn, wie gesagt, ich liebe die ersten beiden Bände der Reihe, Burning Bridges und Sinking Ships. Sinking Ships noch so ein bisschen mehr. Das ist so ängstig und dramatisch und mitreißend und sexy und einfach nur so, ah, gut, und da bin ich durchgeflogen. Hiding Hurricanes hatte dann auch noch diesen Drama-Faktor. Das ging dann aber eher in so eine Richtung, die nicht ganz meins war. Und hatte so ein paar Tropes und Beziehungsmuster, die ich nicht so gerne mochte. Wie seit vor allen Dingen auch so beste Freunde, die zu Liebenden wurden und dieses ganze Versteckspiel, was da eine Rolle spielt. Aber es hatte noch so diesen Ängst, die Unterton. Und deswegen habe ich mir große Hoffnung eben gemacht auf die Geschichte von Savannah und Max, besonders weil die in Hiding Hurricanes auch schon angedeutet wurde, dass eben Savannah und Max sich über eine Dating-App kennenlernen und nicht wissen, wer der andere ist. Die flirten, hätten fast einen One-Night-Stand, dann kneift Savannah allerdings. Nur um dann am nächsten Morgen Max eben im Rahmen ihres Freundeskreises wieder zu begegnen. Denn er ist der jüngere Bruder des festen Freundes ihrer besten Freundin. Und auch Max ist ziemlich schockiert, dass das Savannah wieder sieht. Andererseits freut er sich, andererseits ist er auch so ein bisschen schockiert, weil er dachte, okay, er würde ihr nie wieder begegnen. Und ja, zwischen den beiden entwickelt sich dann eben eine sehr langsame Beziehung. Die beiden kommen sich wieder näher, nähern sich an. Was, wie gesagt, irgendwo zu Savannah auch passte und zu Max und der Beziehung. Allerdings eben als Leser-Erlebnis doch manchmal schon sehr quälend war. Und sehr schleppend. Und die gehen dann auf einen Campingtrip und dann wird hier noch ewig lang beschrieben, wie das College-Leben so läuft und wie sie sich doch wieder annähern und wie sie sich doch wieder zurückgehen und wie sie sich dann doch wieder annähern. Und das ist dieses wirklich langsame und schleichende. Und es ist einfach nicht wirklich was passiert, dass die Action fehlt. Und eben auch dieses Drama. Es war so viel Potenzial für Drama vorhanden. Allen voran mit Savannah und ihrer Geschichte, äh, Familie, mit Max und seiner Vergangenheit. Und die sind sich überwinden und potenziell wieder in Schwierigkeiten geraten. Potenziell auch zwischen Max und seinem Bruder hätte man Drama aufbauen können. Und vielleicht wäre das alles ein bisschen fehl gewesen. Aber ich mag Drama und ich mag dramatische Geschichten. Ich mag Geschichten, die dieses Gefühl dann in einem auslösen. Und das konnte eben Moving Mountains leider nicht. Und das war super schade, weil ich mich eben auf die Geschichte mit am meisten gefreut hatte auch. Eben auch, weil ich dachte, Savvy liest doch auch sexy Liebesgeschichten, sexy Highlander-Bücher und Geschichten. Warum ist ihre Geschichte dann nicht ein bisschen mehr in die Richtung? Ein bisschen mehr mit Tempo, ein bisschen mehr mit Action, ein bisschen mehr mit Sexiness. Aber leider konnte Moving Mountains das nicht liefern. Deswegen für mich der schwächste Band der Reihe. Obwohl ich weiß, dass viele ihn irgendwie mit als Stärksten empfinden und ihn ganz, ganz stark lieben. Aber es war einfach kein Buch, was mich mitgerissen hat und was mich jetzt bewegen konnte. Und deswegen hat es das auf dieser Liste geschafft. Nächste Enttäuschung, die wir ziemlich schnell abhandeln können. Und das ist Rhapsodic von Laura Celeste. Also erste Band der Bargner-Reihe, der Bargner-Trilogie, wo es noch so ein Zwischenzusatzband gibt. Diese Reihe habe ich vor allen Dingen mit der Hand genommen, weil Becca von Becca and the Books sie in den Himmel gelobt hat. Sie liebt diese Reihe abgöttisch. Und sie liebt vor allen Dingen den männlichen Hauptprotagonisten Desmond Flynn. Denn das ist eine, ich könnte schon sagen, fey Romance. Eine ganz düstere fey Romance, die auch in die Richtung von Das Reich der sieben Höfe gehen sollte. Und vor allen Dingen Desmond Flynn sollte eben sein wie Recent, nur besser. Und identiziert, identiziert. Also ich verstehe schon so ein bisschen diese Parallelen mit Das Reich der sieben Höfe im entferntesten Sinne von der Beziehungsdynamik. Also vor allen Dingen zum Zweiten. Und ich verstehe im entferntesten die Ähnlichkeiten, die zu Recent gezogen wurden. Aber Desmond Flynn kann für mich mit Recent so überhaupt nicht mithalten. Also so gar nicht. Und dieser Plottwist, der am Ende aufkam, war für mich einfach nur so... Seriously, das ist so ein bisschen... Also nach diesem Plottwist fühlte ich mich so wie nach dem Ende von How I Met Your Mother. Und wer das Ende von How I Met Your Mother gesehen hat, wird sich vielleicht denken können, was ich meine. Es war einfach ein sehr unbefriedigendes Ende. Und ich weiß, es gibt noch zwei weitere Bände dieser Reihe. Aber da hatte ich jetzt wirklich überhaupt keinen Bock zu. Besonders weil ich dann diese Beziehung der beiden Protagonisten auch nicht wirklich glauben konnte. Und das nicht wirklich gefühlt habe. Besonders nach diesem Plottwist eben. Am Ende dachte ich mir nur... Ich saß einfach nur in der Beziehung und dachte mir so... Ernsthaft? 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 Ich dachte, es wäre jetzt irgendwas Cooles. Irgendwas Krasses. Und irgendwas von außerhalb. Aber nee. Nee. Und es hat für mich auch überhaupt nicht die Vibes von Das Recht der Sieben Höfe aufbringen können. Überhaupt nicht die Gefühle, die ich beim Lesen von Das Recht der Sieben Höfe gefühlt habe. Was ich ja rereadet habe. Deswegen kann ich das jetzt auch im Rückblick sehr, sehr gut vergleichen. Und wie gesagt, Desmond Flynn kommt bei weitem nicht an Resend ran. Resend ist einfach... Ist und bleibt einfach einer meiner Book-Boyfriends schlechthin. Obwohl Rowan da auch ziemlich weit da oben ist. Aber dazu kommen wir dann bei meinen Highlights. Und ja. Nee. Also The Bargainer. Rhapsodic. Nicht meins. Wenn ihr es liebt, freut mich das sehr. Und kann ich auch durchaus verstehen, wenn man, glaube ich, mit anderen Erwartungen in diese Geschichte reingeht. Aber so wie ich geprimed war mit... Es ist wie das Reich der Sieben Höfe, nur besser. Oder es ist wie Resend. Nur besser. Nee. Definitiv nicht. Die nächsten zwei Bücher sind Bücher, die ich eigentlich hätte lieben sollen. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir fangen mal an mit Punk 57 von Penelope Douglas. Das ist wirklich so eine dieser ängstlich, Teenie-Drama-Geschichten, Highschool-New-Adult-Romances, die eben sehr auf diese Schiene gehen. Okay, sie sind ängstlich, überdramatisch, einfach absolut unrealistisch, teilweise auch nicht wirklich gesund in der Beziehungsdarstellung. Aber normalerweise genau das, was ich eben liebe, so in Richtung LJ Shen und ja, alles, was da so mit zu tun hat. Allerdings, weiß ich nicht, habe ich es bei Punk 57 einfach nicht gefühlt. Ich weiß nicht, ob es am Schreibstil lag oder an der Beziehung der beiden Protagonisten oder was da so los war. So rein objektiv, von dem, was ich von mir weiß und meinem Lesegeschmack, hätte das ein absolutes Highlight sein können. Und ich habe auch fast erwartet, dass es ein Highlight wird. Aber irgendwie hatte ich zu dieser Beziehung, ja, und zu diesem Buch keine Verbindung. Und ich habe mich da wirklich schon so ein bisschen durchgequält und habe da relativ, für meine Verhältnisse, relativ lange dran gelesen an so einer Ängstlich-Normals. Normalerweise lese ich die innerhalb von einem Tag durch, vielleicht mal zwei oder drei, wenn ich viel zu tun habe. Aber hier habe ich, glaube ich, eine Woche dran gesessen. Und ich musste mich manchmal wirklich zwingen, immer wieder danach zu greifen. Was vielleicht wirklich daran lag, dass die Beziehung der beiden Protagonisten schon wirklich sehr strange war und wirklich auch sehr krass war. Also die sind beide auch nicht besonders liebenswert. Und vielleicht liegt es daran, dass normalerweise in diesen Romances von LJ Stern speziell mindestens ein Charakter irgendwo sympathisch ist und liebenswert ist. Und hier eben weder Mika noch, wie hieß die nochmal, weiß ich gerade auch nicht mehr, mir wirklich irgendwas gebracht haben. Und dann, wie sie sich gegenseitig fertig gemacht haben und gegenseitig behandelt haben, war auch nicht so geil. Also es war am Ende auch hier keine schlechte Geschichte. Ich fand sie am Ende doch auch gut und in Ordnung. Aber es gab viele Elemente, mit denen ich nicht so richtig klar kam, die ich nicht wirklich unterstützen konnte. Auch hier wieder das Beziehungsmuster absolut toxisch und absolut geht theoretisch gar nicht. Was mich normalerweise bei Beziehungen, wenn ich das Paar schippe, nicht stört. Aber hier habe ich das Paar eben nicht geschippt, deswegen hat es mich doch vermehrt gestört. Und deswegen, ich glaube ich bin mit drei 3,5 Monaten dann am Ende raus, was ja für mich auch in Ordnung ist. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass es ein Highlight wird. Und deswegen war das so ein bisschen so, manu, ich wollte, dass es ein Highlight wird. Ein anderes Buch, von dem ich mir gewünscht hätte, dass es ein Highlight wird, wo ich aber auch schon ein bisschen skeptischer reingegangen bin, muss ich zugeben, ist Engelssonne von Nalini Singh. Der 13. Band der Gilder der Jäger-Reihe. Und ich liebe diese Reihe. Diese Reihe gehört zu meinen liebsten Reihen ever. Also allen voran die ersten drei Bände, die ursprüngliche Trilogie um Raphael und Elena. Ja, topnotch. Ich liebe Raphael, ich liebe Elena und ich liebe den, die Sieben und alle Charaktere, die da so angeschlossen sind. Was vielleicht auch der Downfall das Negative für dieses Buch war. Denn nach dem gefühlt schon großen Finale in Band, ich glaube 11 und 12 waren es, in Engelsfall und Engelskrieg, wechseln wir hier das Territorium und wechseln hier den Fokus der Charaktere. Denn wir verlassen jetzt Raphael und Elena und die Sieben und wandern nach Afrika zu Titus, zum Erzengel Titus, der eben mit den Nachwehen und den Überbleibstellen des Krieges zu kämpfen hat und da Lösungen finden muss. Und ihm wird eben von Raphael und von den gesamten Erzengeln der Welt, ja, der Engel Charin oder auch der Kolibri, wie sie eher bekannt ist, an die Seite gestellt. Und er ist da erst sehr skeptisch, weil sie eigentlich jemand sein sollte, der sehr in ihrer eigenen Welt lebt. Eigentlich ist sie als Künstlerin bekannt und als sehr, ja, mental instabile Künstlerin auch noch. Und er denkt sich so, was soll sie dann da eben groß in seinem noch Nachkriegsgebiet helfen und bringen. Und so clashen die beiden ziemlich stark aufeinander und es entwickelt sich trotzdem nur Romance. Und dieses Buch hatte einfach viele Probleme meiner Meinung nach. Die Beziehung der beiden war sehr, ich würde nicht direkt sagen Insta-Lavie, aber sie hat sich sehr schnell entwickelt. Es ging sehr schnell von, hm, wir können uns nicht wirklich leiden, also beziehungsweise wir sind auch sehr von Vorteilen geprägt, zu, oh, doch, hm, ja, wir mögen uns und dann, wir sind verliebt und können nicht ohne einander und bäh. Aber dann ist Charin, eigentlich dafür, dass sie ein jahrhundertealter Engel sein sollte, ein uralter Engel sein sollte, eher wie so ein naives Menschlein, also mehr noch als Elena, die eben ein, also neuer Engel ist. Und das war so, hm, hm, das Buch versucht das irgendwie zu erklären, aber ich konnte da nicht wirklich mit ran. Und ich konnte das nicht ganz nachvollziehen und glauben. Und dann, und dann ist das, was Nalini Singh inzwischen im Gefühl allen ihren Büchern macht, es ist ein unglaublich, scheinbar unlösbares Problem, das auftaucht, dass es, wofür es scheinbar keine Lösung gibt, die auch nirgendwo in Vorregungen angeteasert wird. Und dann plötzlich finden ausreichend Charaktere, denen wir jetzt folgen, eben die Lösung für dieses Problem, was etwas komplett Neues ist. Und, also, Nalini Singh erschafft immer neue Probleme und er schafft gleichzeitig auch immer wieder Lösungen für diese neuen Probleme. Das ist so ein bisschen, in Bezug auf Fantasy, faules Worldbuilding, um es mal so auszudrücken, denn, wenn der Grundstein für diese Lösungen nicht schon Bücher vorweggelegt wurde, dann ist das irgendwie so, einfach nur ein Problem schaffen, um das Problem schaffen zu willen. Und dann denkst du dir einfach nur so als Leser, hättest du es auch gleich bleiben lassen können und hättest dich auf die Romance konzentrieren können. Da gibt es sicherlich auch genug andere Anlaufpunkte. Also diese Beziehung zwischen Charin und Titus hätte man sicherlich auch erzielen können, ohne dieses Drama mit dem, was dann noch so nach dem Krieg so übrig geblieben ist. Einfach, weil ja auch noch Ex-Lover und weltpolitische Sachen mit rein spielen. Also das hätte man alles auch aufbauen können, ohne dieses Problem zu erschaffen, nur um ein Problem noch zu haben und es dann wieder lösen zu können. Und dafür ist dieses Buch auch einfach dann zu dick und zu quälen. Und wie gesagt, dann habe ich die Beziehung der beiden auch nicht wirklich gespürt. Keine Chemie und es war irgendwie so, wie gesagt, es war so eine Mischung, die Beziehung der beiden, zwischen einer Beziehung zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren, heißblütigen Typen und einem erfahrenen Mann, einem uralten Erzengel, super mächtig, und einem jungen, ungestümen Mädchen, wo man denkt so, was ist es denn jetzt? Leidet ihr irgendwie in der Schizophrenie? Beide? Oder wie? Also entscheidet euch doch mal, was ihr jetzt eigentlich für eine Beziehung führen wollt und legt euch fest und zieht das durch und wechselt nicht immer so hin und her. Also das war wirklich eine ziemlich große Enttäuschung. Ich hoffe, das nächste Buch, was da jetzt auch rauskommt, macht es wieder besser, besonders weil wir jetzt für den Sieben zurückkehren zu Ilium und Audern. Wenn ihr die Reihe mögt, ich würde fast sagen, überspringt den Band. Oder liest nur den Anfang und das Ende, aber sonst war es einfach nicht meins. Dann hat es auch Die Stadt der Finsternis nach der Magie von Ilona Andrews auf diese Liste für mich geschafft. Das ist der erste Band dieser Stadt der Finsternis-Reihe, einer offiziell Urban Fantasy-Reihe von Ilona Andrews, diesem Autorinnen-Duo. Und nachdem ich eine andere Reihe von den beiden letztes Jahr extrem geliebt und gehypt habe, dachte ich mir, ich will eigentlich mir auch alles andere von ihnen vornehmen und hoffe darauf, dass ich noch ein neues Highlight mitentdecke. Aber Die Stadt der Finsternis war es nicht. Mein Hauptproblem ist tatsächlich mit diesem Buch gewesen, dass ich eben mit den sehr hohen Erwartungen dieser anderen Reihe in dieses Buch reingegangen bin, was dem Ganzen definitiv nicht gut getan hat. Denn erstens ist das auf jeden Fall weit vor dieser anderen Reihe erschienen. und deswegen allein vom Schreibstil noch nicht so weit entwickelt, vom Worldbuilding und allem. Und dann ist es eben auch ein ganz anderes Setup. Diese andere Reihe, die Hidden Legacy-Reihe, vielleicht da schon mal ein Spoiler für mein Favoriten-Video, ist eben auch wie eine Urban Fantasy, aber mehr mit dem Fokus auf Paranormal Romance und die Richtung spielt in unserer Welt oder in der Version unserer Welt und fokussiert sich eben sehr stark auf die Romance. Romance hat jetzt in Stadt der Finsternis nicht so eine große Rolle gespielt im ersten Band. Also es gibt so ein paar Andeutungen von einer, potenziell mehr Romances, die in dieser Reihe, die ja auch sehr, sehr lang ist, ich glaube, das sind zehn Bände oder so, auftauchen könnten. Dann ist das Ganze angesetzt, angesiedelt in einer sehr postapokalyptischen Welt, also so eher Richtung Dystopie. Und ich bin einfach kein Fan von Dystopie. Einzige Ausnahme der Luna-Chronik, die ich aber jetzt eher schon als Sci-Fi und Retelling ansehe und jetzt nicht speziell als Dystopie. Ansonsten ist so ein dystopisches Setting einfach überhaupt nicht meins. Einfach dieses ganze Überlebenskampf-mäßige und man muss immer aufpassen und alles ist so düster und niederschmetternd und so. Und genau das war jetzt der komplette Vibe dieses Buches. Was ich allerdings spannend fand, war so das Mysterium, den Mord, der gelöst werden musste und diese ganzen Andeutungen von Kräften, die da auftauchen und von magischen Wesen, die eine Rolle spielen. Das hat mich schon sehr stark auch an die Hiddle Legacy-Reihe erinnert und mich deswegen sehr gehypt. Und ich werde die Reihe sicherlich auch irgendwann mal weiterführen und dann hoffen, dass es besser wird. Aber mit den Erwartungen, die ich in diese Geschichte rangegangen bin, ja, es konnte es einfach nicht liefern. Also da bin ich, glaube ich, auch einfach selber die Latte viel zu hoch gelegt. Und da muss man eben auch dazu sagen, dass der Aufbau der Geschichte einfach auch noch nicht so gut war. Man merkt dadurch, dass es einer der ersten Bücher von Ilona Andrews war und dass sie sich seitdem extrem gesteigert haben. Ein Buch, das die wenigsten von euch überraschen sollte, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, ganz speziell seit November, ist Promise of Fire von Amanda Boucher, auf Deutsch Tochter der Götter. Der erste Band der Tochter der Götter-Trilogie. Auch auf dieses Buch hatte ich mich sehr gefreut, auf diese Reihe generell, denn es klang eben auch noch was, was komplett meins ist. Wir folgen unserer Protagonistin Kat, die, ja, aus dem magiereichen Norden geflohen ist und sich bei einem Wanderzirkus versteckt, um eben nicht in politische Machenschaften hineingezogen zu werden. In Norden passiert allerdings, als der Kriegshärr, Kriegstreiber Griffin auf sie aufmerksam wird, entdeckt, dass sie doch magische Fähigkeiten hat und sie dann aus ihrem Zirkus entführt, um sie als politisches Mittel irgendwo mit einzusetzen und seiner Familie zu helfen, ihre Machtposition im magiearmen Süden zu unterstützen. Und zwischen Kat und Griffin entwickelt sich dann eben eine Romance und, ja, das ist so diese Ausgangslage. Auch die hat mich irgendwie von der Grundstimmung und von allem, was ich von der Geschichte gehört habe, sehr an die Hidden Legacies erinnert, weshalb ich eben sehr optimistisch in diese Reihe reingegangen bin und dachte mir so, oh, das klingt so gut und das klingt so witzig und, ach, ich habe da richtig Lust drauf. Und ich muss auch sagen, die Geschichte hat auch bei ganz vielem sehr gut geliefert, denn unsere Protagonistin Kat war einfach toll. Sie hatte eine sehr witzige, sehr sarkastische Leserstimme, hat das alles so sehr sarkastisch erzählt, ist eigentlich eine sehr eigenständige Person, sehr stur und sehr gegen an und hat eben ihren eigenen Kopf, den sie auch durchsetzen will, was ich eben bei Protagonistinnen sehr gerne habe, eben weil sie mich auch so an Savage and Mars Protagonistin erinnert oder eben, wie gesagt, auch an die aus Hidden Legacies Reihe, an Nevada Baylor und da war ich schon voll mit drin. Die Welt ist sehr faszinierend, weil sie sehr stark geprägt ist von griechischer Mythologie. Die griechischen Götter haben Gastauftritte, spielen eine gewisse Rolle. Das Ganze ist so angelehnt an das antike Griechenland und das antike Rom potenziell auch bis zu einem gewissen Grad. Ich mochte die Freundesgruppe, die Griffin irgendwie umgibt. Seine Kumpanen, die haben irgendwie eine sehr starke Dynamik, wie eben der Inner Circle in Das Reich der Sieben Höfe. Der große Minuspunkt und warum diese Reihe eben mal bei den Flops gelandet ist, ist Griffin selbst, der Love Interest. Und bei einer Paranormal- oder Romantic-Fantasy-Geschichte ist das eben schon ein sehr, sehr großer Minuspunkt. Er war einfach unausstehlich. Aber so wirklich. Ich mag ja sehr starke Helden, sehr alpha-male-ige Helden, die wissen, was sie wollen und ich habe auch gegen dieses Kidnapping eigentlich nichts einzuwenden. Wenn die Machtdynamik sich am Ende wieder ausgleicht und man merkt, oh ja, er hat vielleicht doch irgendwie Rücksicht für was unsere Brüderung eigentlich will und ja, liegt dir die Welt zu Füßen in dem Sinne. Griffin ist ganz anders. Griffin ist einfach nur ein richtiges Arschloch. Also ein Arschloch, das so tut, als wäre er ein guter Kerl. Er begründet seine Handlung immer damit, dass er ja eigentlich nur das Beste will für seine Familie, für sein Land und dass er jetzt eigentlich alles besser weiß und dass Kat doch gar nicht weiß, was sie eigentlich will und du sitzt da und denkst dir so, selbst wenn, wer bist du ihr zu sagen, was sie eigentlich wollen will? Und das geht ja dann wirklich bis zum Ende des Buches durch. Und er ist halt so stark, dass der Kat immer dominiert, trotz ihrer Magie und er ist irgendwie immun gegen ihre Magie. Und dann ist er da so, was ist das denn für ein Nachtungleichgewicht? Das kann sie ja niemals ausgleichen. Und so wie er sie behandelt, so von oben herab, ist einfach nur so Dann, die Sexszene, die in diesem Buch vorkommt, ist einfach auch nur cringe. Es ist fast eine Vergewaltigung, wenn wir nicht aus Katz Perspektive lesen würden, dass sie es doch eigentlich will. Aber sie sagt es niemals. Also sie sagt, offiziell sagt sie nein zu ihm, auch wenn sie Gedanken sagt, okay, eigentlich will sie es doch, aber selbst dann nein. Wenn sie dann sagt nein, dann hast du auch zu sagen nein. Es sei denn, sie ändert ihre Meinung mittendrin und sagt dann doch, okay, ja gut, lass uns das doch machen. Aber das tut sie dieser ganzen Szene nicht. Und dann bist du dann denkst du so, ich mag ja problematischen Content und ich mag es ja, wenn Sachen so ein bisschen ambivalent sind. Aber in dem Fall war Griffin einfach nur ein No-Go. Einfach nur ein Nein. Und das wurde, ich habe ja den zweiten Bad auch angefangen und ihn dann abgebrochen. Es wurde einfach nicht besser, es wurde eher schlimmer, als dann Griffin noch mit ganz anderen Ambitionen aufkommt. Und du denkst dir so, also wer ist jetzt eigentlich der Bösewicht in dieser Geschichte? Der eigentliche Bösewicht? Oder Griffin? Ich war mir persönlich nicht mehr sicher. Und deswegen, ja, absoluter Flop. Superschade, weil alles andere, bis auf Griffin, dieses Buch, diese Reihe irgendwie in die Highlight-Lüste, hätte katapultieren können, wäre Griffin irgendwie nicht Griffin gewesen. Aber er war eben da. Er war ein sehr präsenter Teil und ich konnte es einfach nicht ertragen. Dann, ja dann, haben wir hier auch noch auf Platz, sagen wir drei, Breakaway von Annabelle Steele. Deutsches New Adult. Ich möchte eigentlich nicht viel mehr sagen, außer das ist so dieses typische deutsche New Adult. Es war auch hier wieder sehr langatmig, sehr langsam. Es ist kaum was passiert. Ich habe die Chemie zwischen den Protagonisten so gar nicht gespürt. Und irgendwie war das Setting und alles drumherum viel mehr im Fokus als die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten in Lea und Noah. Ich hatte das Ganze damals im Body Read mit Tanja von Strang & Cherries Bücherstapel angefangen. Ich glaube, Tanja ist nach 100, 150 Seiten ausgestiegen, vielleicht auch ein bisschen mehr oder so. Ich habe auch überlegt, ich habe wirklich sehr, sehr hart überlegt, ob ich das Buch nicht einfach abbreche. Ich habe es allerdings durchgezogen bis zum Schluss, um dann bis zu einem doch auch eher sehr vorhersehbaren, sehr unbefriedigenden Ende zu kommen und war dann am Ende so, ach, warum habe ich mir das angetan? Und warum tue ich mir immer wieder so deutsche, deutsche New Adult-Geschichten an, von denen ich doch eigentlich wissen sollte, dass sie nicht meins sind, dass es nichts ist, was ich wirklich gerne lese, weil irgendwie diese Emotionalität viel mehr im Fokus steht und dieses politisch korrekt sein, was ja an sich okay ist und gut ist, wie gesagt, für mich als Tatungsfaktor, wir kommen nicht so richtig durch und wo eben auch die Beziehung nicht im Mittelpunkt steht, es soll eine Romance sein. New Adult-Romances haben die Romance im Fokus und ich finde, bei deutschen New Adult-Romance-Geschichten, wie auch bei diesem Buch, ist immer etwas anderes im Fokus und wird etwas anderes neu aufgegriffen und ja, auch so das Drama um Noas Familie ist irgendwie nicht sein Drama, eigentlich hat es mit ihm nur am Rande was zu tun, er mischt sich da allerdings vermehrt ein und ich glaube, das ist auch so ein Drama, das sich wahrscheinlich über die kompletten drei Bände der Reihe dann ziehen wird, wo ich wenig bis gar keine Lust drauf habe, deswegen bin ich auch so weit, dass ich diese Reihe wohl nicht weiterführen werde, was einerseits schade ist, weil ich Annabelle tatsächlich auch persönlich kenne, andererseits denke ich mir so, deutsches New Adult, deutsches New Adult ist einfach nicht meins und ich glaube, ich muss aufhören zu versuchen, mir das anzutun. Zwei Bücher haben wir noch und zwar kommen wir jetzt auch zu den wirklich schlechten Büchern, meiner Meinung nach, also dieses Buch ist vielleicht noch kontrovers, man könnte diskutieren, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm und dramatisch ist, ich finde es einfach nein, einfach war nicht meins, ging mir auch hier viel zu langsam, es ist nicht wirklich was passiert und das ist Im Schatten des Schwertes von Julie Kagawa, der zweite Band, der Im Schatten des Fuchses Trilogie, den ersten fand ich richtig gut, es war quasi Inuyasha, einer meiner liebsten Animes in Buchform, mit noch ein paar anderen Anime-Tropes irgendwie gemischt, auch der dritte war dann wieder richtig gut, habe ich auch wieder sehr gefeiert, obwohl ich ihn wahrscheinlich mehr gefeiert hätte, wenn dieser zweite nicht dazwischen gewesen wäre, denn das ist so ein wirklich typischer zweiter Band, der beim Second Book Syndrome leidet und zwar ganz extrem, denn er ist gefüllt mit Fillern, es passiert nicht so wirklich viel, also man könnte sich bei diesem Buch einfach die ersten 50 Seiten und nochmal die letzten 80 durchlesen und hätte quasi auch nichts verpasst, was so zwischendrin passiert, also so gar nichts, es war echt eine reine Kette 3, für dieses Buch habe ich fast einen Monat gebraucht, ich habe das einen Monat lang immer nebenbei gelesen, eigentlich war das auch als Buddy Read mit Daniel geplant, Daniel ist dann irgendwann nach, ich glaube 100 Seiten auch nicht wirklich weitergekommen, weil es einfach eine reine Quälerei war und hat mich dann gefragt, ob sich das lohnt, ich dann nur so, du kannst den Großteil überspringen, liest dir einfach die letzten 80 Seiten, die letzten 50 Seiten durch, das große Finale, dann hast du eigentlich nichts verpasst, weil zwischendrin nichts passiert, was irgendwie für die Handlung groß relevant wäre, gefühlt. Unsere Protagonisten sind einfach nur auf dem Weg von einem Ort zum anderen, zum nächsten, zum anderen, zum nächsten und man muss ja dazu sagen, das waren sie im Ersten eigentlich auch, im Ersten sammeln sie einander ja aber auf dem Weg auf, sammeln Unterstützung auf und folgen bestimmten Spuren, sie haben ein bestimmtes Ziel, worauf sie ein zielen, wo sie wirklich hin wollen und das nützt ihnen was. In diesem Buch wird dieses Ziel zwischenzeitlich einfach komplett über den Haufen geworfen gefühlt und sie reisen einfach wirklich von einem Ort zum nächsten, um wieder was anderes zu machen und wieder was anderes zu machen und wieder was anderes zu machen, um sich in politische Machenschaften verstrecken zu lassen, um hier nochmal irgendwelche Personen zu treffen, die eigentlich später überhaupt keine Relevanz mehr haben und du sitzt da und denkst dir so, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum quäle ich mich durch dieses Buch durch? Also es war einfach nur wirklich Quälerei. Ein Großteil der Charakterentwicklung und der Beziehungsentwicklung ist einfach schon im ersten Band passiert und dann werden die Charaktere eben hier teilweise auch wieder auseinandergerissen und getrennt und müssen ihre separaten Abenteuer erleben, die halt eben aber auch kaum großartige Bedeutung haben und das war einfach nur so Ja, war irgendwie ein sinnloses Buch, hätte man sich sparen können, man hätte das Ganze einfach wesentlich kürzer fassen können oder man hätte den ersten und den dritten einfach ein bisschen länger gemacht und hätte dieses Buch komplett gestrichen und man wäre genauso gut durch die Geschichte, durch diese ganze Reihe gekommen, wie jetzt auch, vielleicht sogar noch besser. Das nächste und letzte Buch auf dieser Liste ist wirklich objektiv einfach nicht gut und das ist Fighting Destiny von Emilia Hutchins. Auch hier eine düstere Fae-Romance. Man sieht, ich habe irgendwie einen Typ, aber dieser Typ hat mich auch hier ein bisschen in die Irre geleitet, denn dieses Buch kommt auch so ein bisschen mit Warnungen, allein schon, wenn man auf einmal so guckt, also dieses Buch gibt es als E-Book quasi kostenlos, ist der erste Band einer, ich glaube, siebenbändigen Reihe oder so und ich glaube, es soll auch ein bisschen ein Anquiderungsbuch sein. Ich dachte mir so, okay, das Cover ist irgendwie schon grausig, aber es klingt irgendwie düster und sexy und nach einer Fae-Romance, wo ich einfach durchfliegen kann und ich war halt genau zu der Zeit, dass ich es gelesen habe in einem Paranormal Romance Kick, bin ich teilweise immer noch, ich bin noch nie so richtig raus, aber ja, dieses Buch hat einerseits geliefert, was es verspricht, es ist düster, es ist sexy, es ist dramatisch, es ist einfach nur crazy und abgedreht, andererseits ist es einfach auch nur what the fuck, es fängt schon damit an und ich würde mal sagen, dass es kein Spoiler ist, weil es allein in den ersten fünf Seiten passiert, dass unsere Protagonistin, ich habe auch hier den Namen vergessen, teilweise Großteil des Buches einfach auch schon längst wieder verdrängt, ähm, einen Auftrag hat, in den Turm des dunklen Fae-Prinzen einzubrechen und alle wissen, er ist düster und gefährlich, er soll aber eigentlich nicht da sein. Dann stellt sich raus, er ist irgendwie doch da und nimmt sie und ihre Kollegin gefangen, tötet ihre Kollegin vor ihren Augen und vergewaltigt sie dann mental, weil er so die Möglichkeit hat, irgendwie in ihren Nacken einzudringen und vergewaltigt und foltert sie quasi so mental, also so richtig, also nicht einfach nur so just for fun und sie möge sich und das ist eine Anführung, nein, wirklich um sie zu quälen. Und dann stellt sich raus, dass es eigentlich ein Test war, den sie irgendwo bestanden hat und ihre Kommilitonin oder ihre Mitstreiterin irgendwie nicht und dass sie jetzt den Platz der Prinzessin, der Licht der hellen Faye einnehmen soll, weil sie aussieht wie sie. Und er ist eigentlich ein ziemliches, überbehrendes, kontrollierendes Arschloch und will sie aber in sein Bett kriegen, obwohl sie eigentlich nicht will und bedrängt sie eigentlich an jeder Möglichkeit und irgendwie fühlt sie sich zu ihm hingezogen, aber irgendwie fühlt sie sich auch abgestoßen und irgendwie scheint er doch nicht der zu sein, der er vorgibt zu sein und es ist einfach nur so what the fuck is going on und what the fuck ist dieses Buch und diese Geschichte und was ist das einfach nur für eine toxische Scheiße. Also wirklich, 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 tut euch dieses Buch nicht an. Es ist noch nicht mal gut geschrieben. Es ist, ja, süchtig machen und man fliegt durch, aber am Ende ist man gefühlt auch sehr unbefriedigt und teilweise auch einfach nur what? Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich bin da rausgegangen und war einerseits sehr unbefriedigt mit dieser Geschichte und wie das Ganze geendet ist, andererseits irgendwie wütend und nicht gut auf den Protagonisten zu sprechen, andererseits denke ich mir dann auch, unsere Protagonistin hat es irgendwie so gewollt und dann denke ich mir so, warum denke ich so? Warum tue ich mir das an? Warum? Warum? Also ein Tipp, tut euch dieses Buch einfach nicht an. Es ist einfach nicht gut, es ist nicht gut geschrieben, es ist vom Inhalt her nicht gut, es ist einfach nur nicht gut und gibt euch auch kein gutes Gefühl und nein. Und ich bereue so, es gelesen zu haben. Und ich wünsche, es könnte teilweise manche Bilder, manche Szenen aus diesem Buch aus meinem Gedächtnis schrubben, aber konnte ich leider nicht. Deswegen muss ich jetzt damit leben und muss euch davor warnen. Also tut euch das nicht an, selbst wenn ihr wollt. Tut es euch nicht an. Das waren die meine Top 10 schlechtesten und enttäuschendsten Bücher 2021. Bunte Wischung, aber ich glaube, durch diese Bücher und auch die abgebrochenen Bücher, die ich euch dann im Sonntagsvideo vorstellen werde, habe ich mich und meinen Lesegeschmack ein bisschen besser noch kennengelernt und ich hoffe, dass mir das auch helfen wird, 2022 eben noch bessere Bücher auszuwählen und noch mehr Bücher zu finden, die ich dann liebe, also doch wieder in die positive Richtung zu gehen. Wir werden sehen, wie sich das so zeigt und ob das auch wirklich alles so klappt. Verrate mir gerne in den Kommentaren, welche Bücher dann bei euch so die schlechtesten 2021 waren, welche Bücher haben euch enttäuscht, welche Bücher, ja, würdet ihr überhaupt nicht empfehlen, welche konntet ihr gar nicht leiden, auch vielleicht welche von dieser Liste oder ganz andere, schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch wenn ihr Bücher von dieser Liste geliebt habt, dann freut mich das für euch sehr, bis auf By Fighting Destiny, aber lassen wir das. Deswegen gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, weil wenn ihr keine weiteren Videos, allen voran nicht meine abgebrochenen Bücher, meine Highlights und meine Re-Read-Highlights 2021 verpassen wollt. Also bleibt da gerne dabei und dann bleibt mir immer dazu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, Macht's gut! Zusehen